Nearest Help Hallo liebe Damen und Herren, ich begrüsse euch zu unserem Projekt Nearest Help. Hallo, ich bin Myla und wie man hier sehen kann ist Nearest Help sehr nutzvoll. Wenn man hier schaut, es gibt drei Optionen, Feuerwehr, Polizei und Krankenhaus. Wenn man eine von den drei aussucht, zum Beispiel Feuerwehr, kann man sehen, wo man selbst ist, da. Und wo der Nearest Feuerwehr ist, da ist es. Und wenn man ganz nach unten scrollt, gibt es auch Info zu wo es ist, die Telefonnummer und die Website dazu. Hallo, ich bin Suley und am ersten Tag, als wir unser originales Projekt wasgutes.at angefangen hatten, gab es viele Probleme. Die Entwicklungsumgebung, Unity, machte viele Schwierigkeiten für uns. Meine Teammitglieder und ich konnten es nicht herunterladen. Nur manche haben es geschafft, es herunterzuladen. Aber wir haben so lange daran gearbeitet, dass es die ersten paar Stunden des Tages verbraucht hat. Als wir bemerken, dass das nicht funktioniert, haben wir unsere Idee geändert. Obwohl wir viel Zeit mit Unity verschwendet haben, schaffen wir unsere neue Idee Nearest Help umzusetzen. Ich, Suley und Mayla haben an der Grundstruktur mit HTML und CSS unserer Website gearbeitet. Unter Grundstruktur verstehen wir das Skelett der Website. Ich, der William und der Lorenz haben an der Map gearbeitet und an den Linien, an den Markern, damit man auch sieht, wohin man jetzt genau fahren muss. Ich habe die Logos, die Icons und die Markierungen gemacht und das ganze Team bedankt sich für eure Aufmerksamkeit. Danke. Danke.